Ich muss ja sagen, du hast recht, aber den ein oder anderen Italiener juckt es schon, dass ein Argentinier in Italien in der Nähe von Maranello so ein Geschoss hinbekommt, was die ganze Welt haben möchte. Es gibt Witter, warte mal. Wir kommen gleich auf eure Fragen. Ihr habt ja viele Fragen gestellt. Über 400 Kommentare. Das ist eine komplette Carbon-Karusse dann lackiert und du siehst hier ganz, ganz kleine Unstimmigkeiten im Lack. Aber da musst du schon mit der Lupe rangehen. Nein, aber ich finde das nicht so schlimm. Das ist Handarbeit. Das spürst du. Das ist ja das Geile, was ich finde. Ich war jetzt dreimal da. Es ist wirklich alles Handarbeit. Die haben noch nicht mal 100 Angestellte. Nein. Aber alleine, wenn du dir das hier anschaust, wenn wir nur uns diese Partie hier anschauen. Carbon-Karusse, einmal lackiert in Silber, einmal lackiert in Weiß, alles Hand. Alles Hand. Dann haben sie Carbon-Karusse gelassen, Sichtcarbon und dann noch mal rot reingebracht. Und jetzt kommt es aber. Der Klarlack, der dann draufgelegt ist, macht das Ganze glatt, dass du überhaupt keinen Unterschied mehr merkst. Und das ist der Hammer an diesen Lackierungen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Unfassbar. Wie oft der gefüllert ist mit Klarlack und wieder geschliffen und wieder Klarlack, bis dass das wirklich eine Einheit ergibt, ist schon verrückt. Auch das ist Pagani. Ich meine, siehst du mittlerweile bei einigen, aber das ist auf die Spitze getrieben. Die ganzen Carbon-Fasern laufen immer weiter. Jetzt kann man ja sagen, das ist noch ein einfaches Teil, was angebaut wird. Das kann man auch machen. Aber jetzt gehen wir mal über die Haube und gehen in den Windschuhsscheibenträger. Stimmt. Läuft genauso weiter. Stimmt. Jetzt gehst du hier weiter, in den Türbereich. Stimmt. Läuft die Tür auch weiter. Aber jetzt entschuldige bitte. Du kaufst dir ein Auto für 4,2 Millionen Euro. Ja, du hast recht. Es gibt andere Hersteller, die kriegen ihr Carbon nicht so hin. Huayra. Das hat ja eine Bedeutung. Weißt du, was das bedeutet? Das ist ein Gott, glaube ich. Das ist ein Gottesname. Ja. Das ist in Bolivien so ein Stamm. Und das heißt Vater Wind. Vater Wind ist ein Gottesname. Das ist das. Genau. Und dementsprechend wurde auch dieses Auto genannt. Das ist es. Das ist Wahnsinn. Und wenn du dich alleine nur hier vorne hinstellst und dich runterhockst und dieses Auto dir anschaust. Das ist schon eine Optik. Das ist Wahnsinn. Was ich persönlich, aber das kannst du ja heutzutage nicht mehr weglassen, ich hätte die LED-Leuchten vorne weggelassen. Ja. Also die hätte ich hier nicht. Tagverlicht. Genau. Tagverlicht. Hätte ich jetzt nicht reingebaut. Ja. Aber es ist Pflicht. Es muss so sein. Ja. Er hat ja auch weltweite Zulassungen. Das muss man ja auch sagen. Absolut. Für die paar Stück. Genau. Auch wiederum ein Riesenvorteil, wo ja jeder Hersteller mittlerweile kämpfen muss, damit er das schafft. Ja, der Speedtail, der McLaren Speedtail liegt ja auch ungefähr bei 2,5-3 Millionen Euro. Also als Listenpreis. Der Marktpreis ist ja immer anders. Ist ja offiziell in Amerika nicht zugelassen, weil in Amerika ist vorgeschrieben, jede Sitzmöglichkeit im Frontbereich muss ein Airbag haben. Und dadurch, dass du ja in der Mitte sitzt und drei Sitze hast, eine hinter dir, jeweils zwei hinter dir, links und rechts, haben sie die Zulassung denen nicht. Also du kannst es nur über eine Einzelabnahme einführen. Machen. Aber McLaren, Amerika, durfte das Auto nicht verkaufen offiziell. Ja, richtig. Ging nicht. Ging nicht. Ich meine, die Amerikaner kaufen den trotzdem, weil sie fahren auch ohne Zulassung. Ja, klar, 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 klar. Gibt es noch, was ich da wissen sollte? Ja, die Reifen haben viel Arbeit gekostet. Also Pirelli hat da, glaube ich, das ein oder andere graue Haar drüber verloren. Genau. Die haben bestimmt 20 Mischungen gemacht für Horatio Pagani. Genau. Bis er wirklich gesagt hat, das ist genau jetzt der Gummi, den wir brauchen nach Tests und den wollen wir haben. Und das auch nur für 40 Autos. Das heißt, auch hier der Reifen, die Felgen sind wieder ganz anders wie beim Coupé. Absolut. Ja, also auch da ein Wahnsinnsaufwand. Es ist immer, 100 gibt es ja nicht, sagt man immer 100 Prozent, aber dann ist es wirklich 99,5 Prozent, was er versucht zu erreichen. Und das bei jedem Detail am Fahrzeug, egal welches Detail es auch ist, er treibt es auf die Spitze. Ich muss ja sagen, du hast recht, aber den einen oder anderen Italiener juckt es schon, dass ein Argentinier in Italien in der Nähe von Maranello so ein Geschoss hinbekommt, was die ganze Welt haben möchte. Und das hört sich ja jetzt schon richtig geil an. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist wie ein Staubsauger, was am Saugen ist. Und wenn du da ein bisschen mehr Gas gibst, dann geht es natürlich richtig zur Sache. Genau. Und wenn du auch vom Gas gibst, in die Turbolader abblasen, mega Sound. Geil. Aber auch die Verarbeitung, es ist überall alles schön mit Leder zu. Und er schreit natürlich auch. Sehen wir gleich. Ja, wir haben noch keine Temperatur erreicht. Wir sind ja bis jetzt nur Track mal gefahren. In Assen. Und wir fahren ja jetzt die ersten Ausfahrten mit. Was bist du gefahren? Track. Ja, wir waren jetzt in Assen. Und ja, war auf jeden Fall spannend, weil das Auto hat den neuen Rekord in Spa auf der Rennstrecke aufgestellt. Für Straßen zugelassene Fahrzeuge. Da war bis jetzt der Senna Erster und hier der Pagani BC Roadster, nicht das Coupé. Der Roadster hat einen neuen Rekord aufgestellt, hat den Senna um 1,3 Sekunden auf der Runde geschlagen. Beidesmal Werksfahrer. Von Pagani Werksfahrer und auch der Senna ist mit dem Werksfahrer. Achso, okay. Aber mega, oder? Wahnsinn. Wir kommen gleich auf eure Fragen. Ihr habt ja viele Fragen gestellt. Über 400 Kommentare. Wir haben uns ein paar Fragen rausgepickt. Wir können leider nicht alle auf alle Fragen eingehen. Unter anderem waren natürlich auch, oder waren viele Fragen, was kostet so ein Außenspiegel? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, aber zehn musst du dafür auch geben. Ich habe mich erkundigt. Die Spiegel kostet 15.000 Euro. Du hast ja manchmal oft auch wirklich supergeile Sportwagen. Dann findest du aber das, weiß ich, der Hebel von einem anderen Fahrzeug aus der Serie und so. Ja klar. Den nehmen wir doch alleine bei Lamborghini. Mit einem Audi-Schlüssel. Ja. Ja, ist ja so. Aber hier. Ist es gewittert? Warte mal. Nein. Wir müssen uns behalten. Kommt Regen auf. Ja, ich meine, selbst wenn du unten guckst, die Fußmatte. Da ist jetzt wirklich eine Fußmatte drin. Die ist aber aus Carbon. Was? Ja. Die kannst du rausnehmen. Das ist wirklich eine Fußmatte, aber die ist aus dem Carbon gefestigt. Ich bin echt am Zittern. Siehst du das? Achso, echt. Das ist krass. Das ist krass. Also es ist alles undefinierbar hier. Wir können hier nichts sagen. Die Probefahrt, die ist so geil. Das ist Wahnsinn, was der hier, wenn du auf Race-Modus reingehst, in deine Hutze, wie er dann Luft saugt und hinten das Ding rausballert. Es sind ja einige Fragen von euch gestellt worden. Ah ja, hat sie eben gesagt. Genau, genau. Kann ich mit denen in den Urlaub fahren? Koffer? Ja, geht. Ja, geht. Ich sage mal, keine drei Wochen, aber ich sage mal, ein langes Wochenende oder sogar eine Woche würde ich sagen, geht. Können wir uns gleich angucken. Also mehr Kofferraum geht eigentlich nicht, wenn wir dann V12-Motor drin haben. Genau. Einmal Koffer. Ist extra für dieses Auto gemacht worden. Also hier, ich würde mal sagen, Sporttasche. Ja, aber ich sage mal, da passt ja schon ein bisschen was rein. Dann haben wir hier eine Kulturtasche. Genau. Zahnbürstchen so dabei. Zahnbürstchen, ja genau. Und dann noch eine für die Frau. Zwei Kulturtaschen, ne? Ich würde sagen, Kulturtasche Frau. Okay. Kulturtasche für uns. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Also das ist die Nummer eins. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Hier passt schon was rein. Darf ich auch machen? Ja, ja. Achso, da hast du deine Sachen drin? Ist schon drin, ja. Hast du drin? Ich will ja schon für den Urlaub fahren. Ja, komm, wir zeigen. Kommen, wir zeigen meine Sachen. Ist auch alles neu. Damit kommst du klar. Ja, sicher. Also wenn du nach Italien fährst, brauchst du nicht mehr. Nee, das stimmt. Hör mal, ich habe geguckt. Wir haben im Moment 35 Grad. Ja, das ist doch geil. Brauchst du nur eine Badehose? So, Lakeside Gloss. Ich hoffe, wir konnten deine Frage damit beantworten. Also Urlaub ist möglich. Kurzurlaub. Kurzurlaub. Aber wer ein Pagani hat, das hat der Markus bestimmt auch, das möchte er uns nicht sagen. Da hat er bestimmt mal einen Fahrer, wo er zwei Schaffer mal vorschicken kann. Ich sag ja, wir fahren oft auch mit einem anderen Auto vor und lassen den dann mitbringen. Und dann kannst du dich da entscheiden, wenn du mal kurz zwei Tage irgendwo anders hinfährst in ein anderes Hotel, dann reicht der. Dann kannst du mit dem wirklich auf der Achse da hinfahren, wie jetzt auch damals in Kroatien. Da sind wir von Zagreb auf die Insel Krück gefahren. Da brauchst du dann kein anderes Auto. Da kannst du mit dem Auto mit dem Gepäck mitnehmen. Dann passt das auch super. Mega. So, dann kommt die nächste Frage. Die wurde gestellt von Kenny Z.H. Aha. Hier. Blenden wir auch nochmal ein. Kann man einen Wocheneinkauf damit machen? Ja, ich sag mal, wenn du alleine fährst, wäre es natürlich möglich, auf dem Beifahrersitz was zu lagern. Aber eigentlich ist das kein Auto für einen Wocheneinkauf. Also das ist eine falsche Frage. Also eine Packung Milch hier rein und ganz schnell sauer. Die Milch ist dann heftig sauer, weil es sehr heiß ist. Ja, auch eine Tiefkühlpizza ist auch schlecht. Die ist dann fertig, wenn du ankommst. Wenn du nach Hause kommst, ist deine Tiefkühlpizza fertig. Genau. Das ist klar. Also ich sag mal, damit fährt man nicht einkaufen. Nein, nein. Damit fährst du nicht einkaufen. Also ein Wocheneinkauf geht damit nicht. Dann eine ganz interessante Frage von kvn.wa. Jungs, wie heißen die bitte? Jetzt ohne Scherz. Wie reagieren andere Leute auf einen Pagani? Kleine Fahrt durch die Innenstadt. Das Ding ist eins. Fährst du mit einem LaFerrari vor, weiß jeder Bescheid. Ferrari mit deinen Scuderia-Emblemen. Meistens in rot. Dann machst du deine Flügeltüren auf. Dann weiß jeder sofort Bescheid. Fährst du mit einem Lamborghini vor, weiß auch jeder sofort Bescheid. McLaren inzwischen auch. Aber hier, nein. Hier gucken die Leute zweimal hin. Ist das eine getunte Kiste? Genau. Ist das eine zusammengebastelte Kiste? Und wenn du dann rauskommst und er hat nichts mit Autos zu tun und sagst, die Kugel Eis, die ich heute damit gekauft habe, die ist ein bisschen mehr wert. Es weiß keiner. Also wenige wissen es. Mittlerweile, es baut sich ja so auf, dass es auch wirklich so in die Hypercar-Szene ja reingehört. Genau, genau. Aber ich sag mal, der größte Teil kennt die Marke nicht. Nein, nein. Das dauert noch ein bisschen. Genau, genau, genau. So, und dann haben wir eine witzige Frage von WD Grabner. Ich habe extra bei Pagani angerufen und habe gefragt. Jetzt kommt es. Gibt es eine Anhängerkupplung für dieses Auto? Nein. Nein, gibt es nicht. Die Anhängerkupplung wäre hier unmöglich. Das ist nicht möglich. Nein, das wäre auch unmöglich. Eine Anhängerkupplung, es geht gar nichts ran und ein paar Pferde. Okay, krafttechnisch könntest du was ziehen. Das könntest du. Das könntest du, aber es ist leider nicht möglich. Wir haben einen 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das geht. Ja, das ist so. Das ist so. Markus, ich bin sprachlos. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Wir haben jetzt zwei Traumgaragen gehabt mit dir. Zwei Folgen, wo du alles gezeigt hast. Wir haben jetzt das Auto schlechthin, was wir extra abgedeckt haben. So viel mal zu den Leuten, die beim ersten Mal Traumgarage geschrieben haben. Was verbirgt sich da drunter? Das ist doch ein Pagani. Wieso zeigt ihr den Pagani nicht? Wieso? Warum? Weshalb? Deshalb. Weil wir einen extra Beitrag für dieses Auto gemacht haben, um euch so nah wie möglich da ranzubringen. Oder? War doch auch schön. War geil. Wetter hat gepasst. Alles cool. War mega. Sind schön gefahren. Aber es ist immer schwierig, euch zu Hause das rüberzubringen, was hier in echt steht. Es ist einfach, wir haben eben darüber gesprochen, du kannst acht Stunden vor dieses Auto stehen. Du entdeckst immer wieder was Neues. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank, Markus. Bitte, bitte. Und wollt ihr Rennstrecke noch sehen mit Markus? Ja oder nein? Ihr könnt das entscheiden. Genau. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.